Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Dummschwätzer. Hier, Battlefield, Eroberung, Insel, Kark. Ich trinke noch was, lass mich nur kurz was trinken, Mensch. So, das kommt davon, wenn man behindert trinkt. Okay, los geht's. Z... Elfw. Kurz überlegen, wie man fliegt. Fliege ich immer mit der Maus? Ich fliege mit der Maus. Okay, okay, ist schon alles wieder gelernt. Acht Jahre nicht gespielt, oder vielleicht 30, man weiß es nicht. Aber es läuft. So, die Drecksau mache ich fertig. Nenenenenenenenenenenenenene Spider-Man. Schade, schade. Oh shit. Ich will nicht getroffen werden, geht weg. Hör du. Oh fuck. Ich dachte, das wäre eine kleine Humongolus, der da hinten gewesen wäre. Ach, über mir ist ein Laptop... Laptop, ein Laptop? Ah, ist tot. Laptop ist... Über mir ist ein Laptop ein Heli. Da, da, da. Moins! Onkel Killer, macht einen... Bitte. Onkel Killer. Onkel Killer! Oh fuck. Der erste Kill. So. Hab ich mir aber auch hart verdient, oder? Meint er nicht auch? Aber warum hab ich den so eklig nur gekriegt? Geh, geh. Der will mich doch nicht etwa abschießen. Diese Schnippele. Oh fuck. Oh fuck. Aussteigen. Äh, wo war der Ding? Öh. Warum hab ich so eine fette Arschloch-Waffe dabei? Oh Gott. Ich hab Angst. Ich hab Angst, dass meine Granate... Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ne, mir ist grad ein Buch rumgefallen, hier im dunklen Zimmer. Ich bin dreimal gestorben oder viermal. Ich weiß es nicht. Nein, ey. Warum hab ich denn so einen Arsch überhaupt hier? Ja, ey. So läuft nämlich der Hase voran. Da war ein Panzer, oder? Da war ein Panzer, verdammt. Ist da ein Panzer? Ja. Die Zubereitung ist gar kein Problem, Udo. Oh Gott. Oh Gott. Wie ist das nochmal? Also, ich muss kurz die Waffen nochmal. Hier ist die, die, dann die, da, da. Okay, okay. Okay, gut, komm. Hört auf mal, hört auf das einzunehmen. Das ist jetzt meins. Hallo. Sind es da oben Freunde? Ja. Und da kommt ein Heli angeflogen. Nein, nein. You can get me, bitch. You can get me. Wo bist du, Heli-Chopter? Oh fuck. Du mich treffe? Ich weiß es nicht, wisch. Ich würd sagen, unser Plan erfährt eine Erinnerung. Wir, äh, bleiben nicht hier. Ähm, wir gehen woanders hin. Du wirst mich verarschen. Geh weg. Geh weg. Ja. Er hat mich nicht gesehen. Er liegt ein Toter. Hier hebe ich jetzt sowas von auf. Ich bin so ein Aufheber. Halli. Oh, er ist weg. Scheiße. Da wollte ich grad anfangen zu singen, dass ich glaub... Glaube, ihn aufheben zu können. Ja. Ja, mit so einer Reaktion hast du nicht gerechnet. Ich hab noch 100 life, mein Freund. 100? Wo hast du hingeschossen? Der Kerl, äh, Moment mal. Oh, oh no. Ja, ja. Bin ich schon tot? Äh, bin ich schon tot? Hahaha. Bin ich schon mal gestorben? Lebe ich noch? Jimmy? I believe I can shit. Hu. I believe I can shit in the toilet. Hu. Äh. Boah, ich muss mich so hart räuspern. Äh. Das hab ich gestern und heute so zwei richtig schöne Tage gehabt. Und dann mach ich hier so einen Rabatz. Mensch, hier beim Buddelfooled. Hi, deny. Hi, deny. Nein. So, Baustelle gehört uns. Du. Stehen bleiben. Sterben. Ich hab sterben gesagt. Ja, leg dich hin. Sehr gut. Leg dich hin. Ist er tot oder hat er sich nur hingelegt? Er ist tot, ne? Er ist tot. Oh fuck. Wie kann man denn die Karte umstellen? Auf N? FN. Nee, nee, nee. Ich bin grad so durchgepeitscht. Ich glaub, Counter-Strike ist irgendwie einfacher. Bzw. Counter-Strike ist übersichtlicher als Battlefield, ne? Und von daher kann man da dann schon eher den dummen Beutel, den dummen Schwätzer. Aber hier, hier muss man sich so konzentrieren bei Buddelfooled. Ach so. Stehen bleiben. Wie kann man neifen? Ich weiß es nicht. Bevor ich jetzt riskiere, irgendwas? Nee. Oh, ich hätte nicht neifen können. Auf G schmeißt man eine Granate. Auf F neift man. Okay. Auf Y legt man sich hin. Gut, gut. Da ist eine Garant. Ich hab's genau gesehen. Ja, ja, ich hab's gesehen. Jetzt schreit doch nicht so. Kinder ist voll der blinde Vogel. Der hat ihn gar nicht gesehen. Ich hab's genau gesehen. Oh Gott, folgt ihm mich. Da. Meins. Meins. Nein. Ah. Ich will nicht mehr. Ich mach nicht mehr mit. Ich geh aus dem Krieg raus. Jetzt langt man jetzt. Oh fuck. Ich bin doch seine Töter, oder? Oh fuck, Mann. Sniper, wo bist du? Geh weg. Wo ist der? Meins? Er ist schon tot. Hallo. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Was ist mit dem scheiß Snipern los? Fickt euch jetzt mal kurz. Oh Gott. Alter. Wie ich grad voll am Glückspilzen bin. Oder? Ah, ah, ah. Ey. Ich hab grad eben voll viele Kills gemacht ohne zu sterben. Ich glaub ich bin eigentlich gut oder so. Also das war wirklich. Also wenn das jetzt nichts war, dann weiß ich auch nicht meine Herren. Und meine Damen. Wir haben nämlich 4% weibliche Zuschauer. Ne 9% sogar. Mädchen hey. Ich mach jetzt Frauen erfreulenden Content. Und zwar. Gebe ich dem jetzt einen Headshot mit der Pistel. Okay, okay. Es ist, äh. Es war jetzt kein Headshot direkt. Also vielleicht hab ich, hab ich einen. Äh. Was kann man denn Frauen, äh. Frauenfreundliches hier mal machen bei BuddleFooled? Was ist denn richtig, wo eine Frau sagt, oh. Das will ich jetzt aber, äh. Wäre ich da. Das ist jetzt aber schön. Ich weiß was. Ich weiß was. Guckt mal, Mädels. Na, seht ihr? Seht ihr das Herz? Ich weiß, es ist so schön. Ähm. Die Wand, äh. Geht da nicht. Das war eine Männerwand. Wie bei The Forest, wenn er rennt. Achso. Stehenbleiben. Stehenbleiben hab ich gesagt. Hey, Mensch. Stehen. Scheiße. Wir haben einen Durchfall. Und da hab ich einen geschniedelt, aber dann kommt natürlich wieder von hinten ein Panzer, ja. Und fickt mich durch. Krass. Oben auch noch. Ganz fies. Ganz fies. Wenn die Panzer über mir fliegen, sowas kann ich wirklich gar nicht leiden. Ich war da mit. Ich war hier mit. Los. Ist da irgendwo ein Feind. Achtung, in eurem Einsatzgebiet ist irgendwo ein Feind. Hey. Jetzt flipp ich aber grad ein bisschen. Ja, dankeschön. Hab ich nämlich verdient, die Wiederbelebung. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Ich liebe diese Sanitöter. Ich bin so ein richtiger aufhebender Aufheber. Ah. Ah. Fuck. Fuck. Oh Gott. Eine Granate. Hallo. So. Aber hier ist es auch ganz schön voll gerade. So. Damit hat er natürlich nicht... Oh Gott. Das ist einer von mir. Gut. Weil damit hätte ich es nicht gerechnet. Achtung. Aufheben. Und weiter mit der Action. Leute retten. Ich bin nämlich echt ein knallharter Hund. Ah. Okay. Mates abschließen. Ich bin echt ein knallharter Hund. Ich bin ein knallharter... Leute. Geht's euch gut? Oh. Da ist einer. Meins. Shit. Shit, Bro. Shit. Na ja, den hol ich mir jetzt. Den sacke ich mir jetzt schön ein. Ach so. Wie hab ich denn das gerade eben gemacht, nicht zu treffen? Ah, ich bin gelaufen, ne? Ah, das sind... Ah. Ah. Was? Was? Aufheben bitte. Aufheben. Huhu. Also ganz unangenehme Truppe hier. Ja? Nein. Machst du nicht. Denn ich geh zu den Dirks. Ne, ich geh zu. Ich geh zu dir. Jetzt will ich endlich mal ein paar Leute aufheben. So. Den ersten, den ich aufheben werde. Oder auch nicht. Hallo. Ich bin nämlich echt so ein Kameradenfreund. Hey. Ich will doch auch mal jemanden aufheben. Ich muss jemanden aufheben. Ich muss jemanden aufheben. Hilfe. Ich glaube wir verlieren. Aber wir können das Ruder noch umreißen. Ahnung. Wir haben einen feindlichen Helikopter in unserem Gebiet gesichtet. Der Team hat verloren. Was? Was?